Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind beim Windows-Anwendungen. Heute wollen wir ein paar vollgefügte Rechtecke zeichnen. Einfach so, einfach wild, dass wir eigentlich den Brush anschauen können. Wie gesagt, Brush gibt es eigentlich nicht, müssen wir eine abgeleitete Klasse verwenden, zum Beispiel Solid Brush. Und das werden wir jetzt machen. Solid Brush. Ich verwende einfach das Programm vom letzten Mal weiter. Wo haben wir ja schon mit einem Stift herum gezeichnet, also schreiben wir jetzt auch mit einem Brush herum. Dass wir das gut sehen, mal da ein paar Enteine, da sind wir. Gut, also wir wollen einen Solid Brush. Genau, da weiß ich schon, was wir wollen. Und da sage ich, mein Pinsel. Mein Pinsel. Ist gleich New Solid Brush. Solid Brush. Und jetzt sage ich, eine Farbe. Und das ist meine Farbe. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Und da unten sage ich dann irgendwo Graphics. Fill Rectangle zum Beispiel. Fill Rectangle. Und da nehme ich meinen Pinsel. Mein Pinsel. Und sagt, das soll von 2020 bis... Und wie breit machen wir es? Machen wir es 200 breit. Und wie hoch machen wir es? Machen wir es 150 hoch. Sehen wir eh gleich, wie groß das ist. So. Schauen wir uns das an. Jetzt sollten wir euch mit einer Farbe ausgefülltes Rechteck links um... Und das ist ja da. Und der Pfeil ist ja genau da. Ja. Ja, das Rechteck ist ausgefüllt. Super. Weil die andere Farbe verwendet. Zum Beispiel meine Farbe 2. Die war ja etwas durchscheinend. Dann sehen wir, okay, das Rechteck ist da. Ist etwas durchscheinend. Bei der rote Linie sind wir durch. Also Solid Brush. Check. Ein Pinsel. Dann haben wir noch gesagt, gibt es einen Texture Brush. Den schauen wir uns auch an. Müssen wir eine Grafik laden. Müssen wir eine Grafik laden. Das machen wir mit Bitmap. Image. Ist gleich New Bitmap from File. Ah nein, muss ich casten. Ist gleich Bitmap. Image. From File. Genau so machen wir das. So laden wir. So laden wir. Und was ich an und für sich verwenden möchte. Ich kann das kurz herzeigen. Das ist dieses Overlay Small. Kämmer. Das ist das, was bei mir immer unten in den Videos... In den Videos rechts unten, wo man sich subscriben kann, glaube ich. Oder ich weiß nicht genau, was man machen kann, wenn man so drauf drückt. Aber mir hat es gefallen, dass es da ist. Und wie mache ich das? Add. Und dann gebe ich noch den Pfad ein. Und der Pfad. Das war ein gescheites Tool-Format. Wie ein Total Commander. Kann ich den gleich hier raus kopieren. Super ist das. Jetzt habe ich das Image erzeugt. Und jetzt mache ich meinen Pinsel nicht mit Solid Brush. Sondern jetzt lösche ich den und mache auch Texture Brush. So hat es geheißen. Texture Brush. Genau. Und da darf ich natürlich nicht einen Solid Brush anwenden, sondern Texture Brush. Und dann schauen wir mal, was wir da brauchen. Und der will ein Image. Image. Und da nehme ich meine Variable, das da, was ich da oben gewählt habe. Passt. Und da unten, das lasse ich gleich, da mache ich das gleiche Rectangle. Und dann schauen wir uns an, was jetzt passiert. So hat es vorher ausgeschaut. So schaut es jetzt aus. Also gekachelt. Kann man beeinflussen, wie das gekachelt werden soll und so weiter. Brauchen wir es jetzt nicht anschauen. Aber nur. Und da sehen wir sogar, die transparenten Bereiche dieses BNGs werden da unterstützt. Weil man sieht diese rote Linie ja durch. Super. Super. Das ist also der Texture Brush. Und einen haben wir noch kennengelernt. Einen haben wir noch kennengelernt. Das war der Gradient Brush. Gradient Brush hat er geheißen. Linear Gradient Brush. Genau das war er. Und was die jetzt genau macht, das schauen wir sich an. Da brauchen wir aber mehr Sachen. Da brauchen wir, wenn wir sich das anschauen, was wir da brauchen. Linear Gradient Brush. Wenn ich da eine Klammer aufmache. Zack. Da brauchen wir Point. Zwei Point. Zwei Pointe. Zwei Pointe. Zwei Pointe und zwei Colors. Zwei Colors haben wir. Da brauchen wir nochmal die zwei Pointe. Das machen wir. Das machen wir. Da haben wir Point. Pointe. 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 ist gleich New Pointe. und dann machen wir mal 10, 10 und 0, gut, das sind die zwei Pints, das ist ein Point und ein Pint, gut, und die nehmen wir daher, P1 und P2, das sind die zwei Points und die Color, meine Farbe und meine Farbe 2, genau das wollen wir, genau so soll das ausschauen, jetzt haben wir also unseren Linear Gradient Brush, schauen wir uns auch, wie das ausschaut, aha, so, immer wieder so, wenn wir das ein bisschen weiter auseinander zählen, 100 zum Beispiel, jetzt ist der zweite Point weiter in x-Richtung gewandert, wie schaut das aus, vorher sowas geschaut, jetzt schaut sowas, jetzt ist das halt 100 lang, so, gut, oder, gut, was ist, wenn ich das nur ein bisschen nach unten zeigen lassen will, wie wir sagen, ah, dann ist es sogar so schräg, ist es sogar so schräg, so können wir das machen und wir sehen, sogar die Alpha-Werte werden übertragen, sogar die Alpha-Werte werden übertragen, da sehen wir nicht durch, das ist die Farbe, wo man nicht durch sieht, die erste Farbe und die zweite Farbe, die sie durchscheinen, und da sehen wir, dass diese, das wie aus dem Nebel auftaucht, da diese, diese rote Linie, haben wir also auch den Linear Gradient Brush gesehen im Action, ja, C-Sharp, eigentlich, was wir hier sehen, das ist ja eigentlich schon das .NET-SDK, ja, und diese Graphics-Sachen, die wir am Schluss gemacht haben, das funktioniert ja im Moment zumindest nur auf Windows-Systemen, da stellt halt das die .NET-Rundime zur Verfügung, dieses ganzen Sachen da, oder? Ja, jetzt sind wir weit gekommen, sind wir sehr weit gekommen, finde ich, also wir haben angefangen mit, was ist ein Computer, ja, und jetzt machen wir irgendwelche bunten Sachen und Bilder und was weiß ich was alles her, ja, nicht schlecht, für mich ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, jetzt reicht's, ja, jetzt, natürlich können wir nicht programmieren in jedem Detail, das ist schon klar, das ist aber auch gar nicht das Ziel, das Ziel ist, dass wir das kennenlernen und dann uns weiter selbst einarbeiten können, sollten wir das brauchen, ja, also irgendwie heile-sophistikierte Sachen haben wir noch nicht gemacht, nur, dass das auch erwähnt wird, ja, nicht, dass jetzt, wer glaubt, jetzt hat er diese Videos gesehen, jetzt kann er programmieren, nein, nein, aber, jetzt hat man zumindest einen guten Startpunkt, weiß wie die Strukturen sind, weiß wie man weiterkommt, ja, und das geht's. Ja, und ansonsten, für diese Serie ein Video bleibt mir eigentlich nichts anderes zu, als zu sagen und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, es gibt noch weitere Serien und Videos, die kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Für dieses Mal, auf Wiedersehen.